Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Olexage Authentic Athletic 2. Im März 2018 veröffentlichte der Darmstädter sein letztes Album Rolexage. Nachdem Rolexage in Deutschland und Österreich auf Platz 1 einstieg und mit Magisch seine bisher erfolgreichste Single ablieferte, wollte er sich bei seinen Fans und Supportern bedanken. Direkt nach Rolexage wurde das nächste Album verkündet. Authentic Athletic erschien 2012 und bekommt nun seinen lang erwarteten zweiten Teil. Authentic Athletic kommt mit 32 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Capital Bra, AK Außer Kontrolle, Casper und Young Huren. Das Album erscheint über das Label 385 Ideal und erscheint als CD und auch als Box. Blockmonster Best of American Features Der Hirntod Rapper ist dieses Jahr extrem produktiv und haut ein Release nach dem anderen raus. Nachdem in diesem Jahr bereits zwei Collabo Alben gemacht wurden, gibt es zum Jahresende noch eine Compilation seiner bisherigen US Features. Best of American Features beinhaltet 17 Tracks, Features kommen von Rako, Schwarz, Uzi und jeder Menge US Rapper. Das Album wird über Hirntod Records veröffentlicht und erscheint als CD. Yasko Fiasco Das letzte Album, wenn kommt, dann kommt, erschien im Frühling 2016. Somit ist es höchste Zeit für Yaskos zweites Soloalbum. Fiasco kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Curdo, Farid Bang, 18 Karat und Summer Jam. Das Album erscheint über das Label Banger Musik und erscheint als CD und auch als Box. Vasil Fuego Vasil Fuego kommt aus dem Spanischen und heißt übersetzt Feuer. Bei den bisher veröffentlichten Singles und der daraus entstandenen Hitdichte ist dieser Titel auch durchaus berechtigt. Vasil Fuego beinhaltet 12 Tracks, Features kommen unter anderem von Summer Jam und Jesus. Das Album wird über Bella Boys veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Marteria Live im Ostseestadion Am 1. September spielte Marteria im komplett ausverkauften Ostseestadion vor über 32.000 Menschen. Dieses Konzert wurde sowohl per Audio als auch Video aufgezeichnet. Live im Ostseestadion kommt mit 24 Tracks und beinhaltet Features von Casper, Miss Platinum und Toy Tiller. Das Album kommt über das Label Green Berlin und erscheint als CD, DVD und Blu-Ray. Reese und Mickey Potplagen Nach mehrmaligen Release-Verzögerungen kommt nun das lang erwartete neue Album aus dem Hause Kopfnussmusik. Potplagen beinhaltet 15 Tracks, Features kommen von Sonic und Deus. Das Album wird über Kopfnussmusik veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.